Wir grüße euch liebe Videospielfreunde, wir kommen jetzt zum Tal des Todes und ich nehme die Franzosen. Schon wieder. Ach stimmt, hatte ich vorher. Ja egal, nehm ich sie jetzt. Dann nimmst du die Kronoskoffis. Genau, die Russen. Was erwartest du dir von diesem Spiel? Ja, ja. Ja, ja, wird schlecht. Schlecht. Das würde total reinfallen. Ja, okay. Vor allem nebeneinander, ne? Ah, okay. Wir haben hier Aufbauten. Tal des Todes, sieht krass aus. Oh ja. Keiner steht oben, alle unten und ich fange ab. So. Machen wir wieder, man muss die Items benutzen, die man hat. Ja, ja. Und Bazooka diesmal ist letztes. Erst wenn man keine anderen Items hat. Auch wenn man sie einsammelt. Okay? Okay. Okay. Das ist echt unfair, wenn man hier anfängt. Ich stehe vor, einer wäre gestorben, alle wären mitgegangen. Ich glaube, hier ist vielleicht Key mit Jetpack wegzufliegen. Ja. Jo. Zweit. So. Ich glaube, wir können die Runde fast zweimal spielen. Mal gucken. Ich fliege hier jetzt erstmal nicht weg. Absolut gar nicht fliege ich hier weg. Ach, du hattest keinen Jetpack, ne? Ne. Oh, der kommt gut. Aber auch auf mich. Okay. Ich wette, es sind Jetpacks. Ja, bitte? Das ist eine coole Map. Jetpack! Das ist ziemlich weit oben. Ähm, wo landet der? Ja, Burst. Niemand weiß, was das ist, aber es klingt krass. Könnte zu kurz sein. Nein! Cool, aber. Das ist cool, das ist cool. Haben wir hier noch eine Kiste irgendwo? Ich guck mal. Zack, zack. Jetpack. Perfekt. Okay. Liege ich jetzt auf. Kaffees? Ich hab's geschafft. Okay. Betäubungsgas. Füßt dran? Nein, noch nicht, noch nicht. Oh, das sieht aber krass aus. Wir dürfen von oben, ja? Mhm. Das ist halt die Frage, ob du oben verteilst oder ob du voll in die Mitte reinlumpst. Was? Was? Ich hab dich grad gar nicht verstanden. Ist okay. Aber es stimmt, eigentlich smart den Snifer dafür zu benutzen. Das ist eine begrenzte Runde. So, was hab ich hier? Ja, scheiße. Nimm Dynamit. Ich will erstmal hier raus. das wird doch so nix das ist eigentlich voll die geile karte da kannst du voll strategisch rangehen ja vielleicht bringen wir noch eine rückrunde aber ich glaube ist gar nicht nötig ich glaube ich glaube das wird noch spannender als wir denken ich habe ja so kein leben mehr hat er schon eine statistik angezeigt es war auch von mir ziemlich dämlich mich da zu dritt auf einen fleck zu positionieren fällt mir gerade so auf ja geht aha schade 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 jetzt müsste der nach oben sein nein jetpack wow cool nutz doch nochmal tut na ja na sehr schön guter zug ich bin hier unten schütze schütze flalimir ich will eigentlich gar nicht in den flammenwerfer so was kann doch nicht sein gut sehr nice und genau der ist dran okay ziemlich cool was ist das denn schießt mal auf deinen eigenen daneben das kann doch nicht das ist doch ich hätte schon gerne gesehen was das macht aber ich glaube das vergiftet bloß dann wärst du doppeltot wie einfach deine ganze karte grün ist so und ich probiere das jetzt mal aus betäubungsgas daneben in unten autobüschen ja den wollte ich auch also erst den obst man ärgerlich ärgerlich Ich will doch bloß die Items sehen. Andere Seite, ja? Keine Ahnung, bin ich denn. Ja, komm. Welches hast du genommen? Ach so, Dardisus, ja. Na komm. Ist aber jemand, äh... Reiß dich zusammen! Ich hab mich mal nicht selbst getroffen. Ach, das war mal auch knappes. Das Witzige ist, es gibt ja von der Map auch noch einen zweiten Teil. Den wir noch nicht beigeschaltet haben. Und ich bin da jetzt... Deswegen hab ich da extra nicht mehr angegriffen. Ja, Flammenwerfer. Oder Mörser. Oh Gott. Das wär schön, würdest du deinen eigenen treffen? Oh nein. Der kommt gut. Der kommt leider... Ja, das ist der. Der hat er nicht bekommen. Der hat er nicht bekommen. Okay. Jetzt keinen Fehler machen. Jetzt keinen Fehler machen. Ja. 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 Du hättest nicht wenigstens den von mir da unten treffen können. Warum? Werft gerade nach oben. Nicht, dass du das U-Boot triffst. Bläsen bildet. Bläsen bildet. Bläsen bildet. Ah, hab ich einen Schwein, ey. Schon wieder nicht, Mann. Schweine. Ja. Na ja. Ich war am strategischen Überlegen. Woher hast du so viele Dinger? Äh, Kissen. Oh oh. 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 Bitte nicht. Ach. Gar nicht getroffen. Sehr gut. Wird ne lange Runde. Ich muss jetzt die hier benutzen. Ich glaub, wir schaffen uns erst niederzustrecken, wenn alle Special-Items alle sind. Naja. Du musst so ein Leben. Ah, ich hätt ihn weiterwerfen sollen. Ne, könnte, ne? Okay. Letzte Runde mit dem. Mhm. Das heißt, nächste Runde mit dem muss ich aussetzen. Vielleicht solltet ihr braunen. Nee, ich muss gucken, dass ich ihn jetzt nicht treffe, weil dann... der hat noch sieben Leben, okay. Was machst du da? Krasser Zug. Weiß ich noch nicht. Der ist so weggeflammt. Ah, Mann. Wunderschön. Oh. Vor allem der, wenn der, wenn der dran ist und explodiert. Jaja, es sieht schon nicht gut aus für mich. Na gut. Hm. Gas. Gas. Du hast Gas benutzen. Feg deinen Schinken. Hallo. Na gut, Gas macht ja gar keinen Sinn. Warum? Kannst du auch rüberwerfen. Na, vergiss mich. Ne, Gas kommt ja gar nicht bis dahin. Also eigentlich darf ich jetzt meinen Dings nehmen, ne? Ich muss auf jeden Fall Gas benutzen. Und das so? Dass du dich nicht selber triffst. Wie sieht's aus? Darf ich jetzt meinen Sniper ganz normal nehmen? Du ja eigentlich auch, ne? Bring doch deinen Kollegen gleich komplett um. Ja, ich... Wann wird das nicht weggegangen von ihm? Der explodiert dann gleich. Nee, der stirbt bloß. Naja, und dann explodiert er. Nee. Bestimmt nicht. Es war echt voll taktisch von mir, fällt mir grad auf. Hm. Das sind doch keine Gegner. Naja, bringt nichts. Hm. Meine ich doch. Ja, bitte? Ach, nicht so gut. Hm, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Sagt dir das Wörtchen Zeit etwas? Oh oh. Nicht böse sein, Kameraden. Reicht das? Reiß ich? Weiß nicht, ob das reicht. Wer liebt? Ja, das ist mein Tank. Hier. Was hast du eingesammelt? Ich schwenke leise. Kannst mich jetzt, glaube ich, einschläfern. Wie schön an der Ecke stehe. Ja, hoffentlich war das kein Bug. Okay, was ist das jetzt? Leg mal bitte noch eine Runde hin. Wir sehen, was das macht. Hm. Hm. Ja, ich kann mich halt nicht. Äh, warte. Ah, ich würde sagen, da hättest du schon mit dem Gas treffen können. Naja, okay. Ich sinke noch leise runter und genieße den Sieg. Mit drei hast du, ach. Zwei, ne? Obwohl es am Anfang viel, viel besser aussah. Mit drei hast du gewonnen, das ist krass. Ne, zwei. Ja, ja, doch drei. Naja. Schade. War eine schöne Runde. Ja. Wir könnten fast eine Rückrunde planen. Das wäre fast interessant. Aber es gibt ja auch noch eine zweite Map davon. Die war aber immer noch nicht freigeschaltet. Ja, vielleicht ja jetzt dadurch. Ne, ich glaube durch die Kampagne aus Schalter ist sie frei. Auf jeden Fall, wenn es euch Spaß gemacht hat, könnt ihr gerne Daumen nach oben geben. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und das war's. Ja. Tschü tschü. Au tschau.